Oh ja! Betreutes Einzählen. Eins, zwei, drei, vier. Moin Moin, Freunde des gepflegten Vollgas-Roggenhols von der Reeperbahn. Wir sind heute wieder hier im Herzwerk 02 Studio in Hamburg bei unserem Leib- und Magenproduzenten Olmen Viper, um weiter an Ohrenfeind Studioalbum Nummer 6 zu arbeiten. Wie ihr hört, hört ihr noch nichts, das wird sich aber gleich ändern. Keule drischt nebenan schon auf die Krawallgeige ein und gleich kriegt ihr mal eine kleine Hörprobe. Das wollt ihr doch, oder? Rogen Ruhl! Outlast Alla